Ich bin schon viel zu lange auf dieser Mission. Meine Brut wird mich nicht mal mehr erkennen. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Beruhigen Sie sich, Rax. Ich bin hier nicht der Böse. Saren ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollen. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Ich sollte Ihnen das nicht erklären müssen, Rax. Überzeugen Sie mich. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Mission gefährden. Das war's dann. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen. Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Bitte, Rax. Wir können darüber reden. Kein Gerede mehr, Shepard. Ich muss das auf meine Weise machen. Das sehe ich anders, mein Freund. Danke, Chief. Er wollte einfach keine Vernunft annehmen. Dachte ich mir schon. Was zum... Haben Sie ihn getötet, Chief? Besser sein Leben als das des Kommandos. Ja, vermutlich. Der Käpt'n weiß, dass wir ihm überall hin folgen. Bis zum bitteren...